Servus und grüß dich! Heute habe ich was besonderes für euch. Die AEG LR8AMZ49FL Waschmaschine. Eine echt spannende Sache, die wir uns da anschauen werden. Schaut mal in die Beschreibung, da findet ihr alles, was ihr braucht. Von Preisen bis zu den Meinungen anderer Leute. Jetzt aber packen wir es an. Also da habe ich jetzt was ganz Feines für euch ausgegraben. Die AEG Waschmaschine. Ich muss sagen, das ist keine gewöhnliche Waschmaschine. Die haben da was mit der Ökomix Technologie gemacht. Das ist echt der Hammer. Stellt euch vor, das Waschmittel und der Weichspüler werden vorher mit Wasser gemischt, damit es richtig schön gleichmäßig auf eurer Kleidung verteilt wird. Und das Beste? Schon bei 30 Grad kriegt die Maschine alles sauber. Und das in weniger als einer Stunde. Jetzt haltet euch fest. Das PowerClean 59 Minuten Programm. Das ist der absolute Knaller. Flecken? Weg! Und zwar bei 30 Grad in unter einer Stunde. Das Zeug kommt in jeder Faser, sag ich euch. Dann haben wir das ProSteam Dampfprogramm. Manchmal will man ja gar nicht gleich waschen, sondern nur auffrischen, oder? Da kommt das ins Spiel. Reduziert Falten, spart Wasser, nur 2 Liter. Und Zeit. Und wenn ihr wollt, könnt ihr noch so einen Steam Fragrance dazugeben für extra Frische. ProSense Mengenautomatik ist auch so eine Sache. Die Maschine checkt, wie viel Wäsche drin ist und passt alles an. Spart bis zu 40% Zeit, Wasser und Energie. Richtig schlau. Öko-Schontrommel ist auch was Feines. Eure Klamotten gleiten da drin, als ob sie auf Wolken wären und werden dabei noch schon sauber. Und dann dieses Hygieneprogramm mit Dampf. Da werden mehr als 99,99% aller Viren und Bakterien entfernt. Bei über 60 Grad. Sauber und sicher, das sag ich euch. Zum Schluss, diese Maschine gehört zur AEG Ecoline. Heißt, die ist nicht nur super beim Waschen, sondern auch beim Thema Umweltschutz ganz vorne mit dabei. Und das EU-Energie-Label zeigt euch, dass ihr da auf der sicheren Seite seid, was den Stromverbrauch angeht. Ich sag's euch Leute, das ist nicht nur irgendeine Waschmaschine. Das ist so, als hättet ihr ein kleines Wunder im Haus. Ich habe mir die Bewertung von echten Nutzern angesehen. Was den Kunden nicht so gefällt, keine seitlichen Schlauchbefestigungen. Was den Kunden besonders gefällt, einfache Bedienung, sehr leise, gute Programmauswahl, einfache Installation. So, liebe Leute, das war's von meiner Seite mit der AEG Waschmaschine. Falls ihr jetzt Lust bekommen habt, euch das Schätzchen genauer anzuschauen, schaut einfach in die Videobeschreibung. Da habt ihr alle Links, die ihr braucht, um Preise zu checken oder noch mehr Meinungen einzuholen. Lasst mich doch in den Kommentaren wissen, was ihr denkt. Würde mich riesig freuen, wenn ihr unseren Kanal abonniert und dem Video einen Daumen hoch gebt. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Macht's gut, passt auf euch auf und bis zum nächsten Mal.